so dass immer schon bei der nächsten aufgabe nämlich wo ist fülle deine schilder in verschiedenen matches komplett auf das ganze habe ich jetzt schon zwei von drei mal gemacht ich zeige euch einfach mal ganz einfach wie ich das immer jetzt gemacht habe also wir haben mehrere möglichkeiten entweder holen wir uns halt direkt ein truck aber ich denke mal weil der gegner obwohl ich müsste eigentlich vorher da sein also entweder holen wir uns einen truck machen den kaputt also der club dann haben wir direkt volles schild oder aber wir landen halt generellen slurpee stellen uns einfach simpel ins wasser das ganze mache ich gerade im gruppenkeile natürlich um die legendäre auch dafür noch mitzuholen so aber ich dachte in gruppenkeile kriegt man so einfach schnell schild aber ein slurpee ist ja an sich bekannt dafür so ihr seht hier die busse sind die trucks sind damit gemeint einfach einmal landen einmal zack 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 und schon ist die aufgabe geschafft und schon haben wir wieder ein level ab haben wir noch mechanik teil bekommen diesmal nicht so wenn ich euch damit schon weiterhelfen konnte ganz einfach wie immer gerne ein like da lassen und in dem sinne würde ich sagen euch noch viel spaß beim level und haut rein